Einen schönen guten Tag. Hier ist wieder Nassi auf Minecraft. So, wir müssen mal gucken, wie wir weitergehen tun. So, Dorfhike eingetragen jetzt. Und, jo, denn war schön. Wir gehen mal in den Wald mal lang. Mal gucken, was wir da finden. Okay, aber erst mal ein Droh. Bis gleich. So, juhl. Gehen wir wieder weg hier. War mal schön. Auf Wiedersehen, der Dorf. Uppala. Der Dorf kommt mir irgendwie bekannt vor. Nur... So, wo wollten wir da hin? Wir wollten... genau, da hin. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. So. Ach, guck mal. Wir haben doch gesagt, wir brauchen noch Kies. Moment, hier ist so viel Kies. Magen, wie ist die Magen? Nein, nicht mal. Ja, du siehst never... Magen nur... Ah, was... Ist was... Schnauze! Hoppen! Ein Höhlerrecht! Ach du, ich bin echt alt! Oh, hallo? So, kann ich jetzt irgendwie Sand gelangen? Oder habe ich hier Sand mehr? Doch, 6% habe ich schon. Gut. Oh, wow! Gut. Warte jetzt! Gut. Ist hier noch was? Wollt keiner noch was mitnehmen? Jo, warum nicht? Okay. Ach, jetzt noch ein bisschen. Warum nicht mitnehmen? Gut. Warte jetzt! Wieder ein bisschen Kiesel voll! Ja! Den müssen wir nutzen! Was bist du denn? Du bist eine Ranke! Ach, Tropenholz bist du! Aha! Gut! Gehen wir mal hier weiter! Wow! Warum nicht? Wir gehen mal einfach hier lang! Mal schauen, was wir alles finden hier! Genau so kommen wir hier immer wieder! Genau! Was ist denn? Was war das denn hier? Ach, Kokosnuss! Warum nicht? Oh! Wow! Das habe ich lange nicht mehr gesehen! In... Live in der Woods hat er das gesehen hier! Hm. Ja! Aber Live in der Woods kann ich leider nicht mehr spielen! Schade eigentlich! Ich würde gerne hier spielen! Hey! Es ist noch mehr! Hm. Ich würde mal nicht ein Tropenholz machen! Moment! Ich würde mal eine... Eine zweite Axt raus! Und warum nicht? Alter! Wow! So! Gehst du jetzt ab? Oder bist du mit dir auch noch verbunden hier? Hm? Hallo! Hallo! Komm ich nicht an! Ja! Geh ja schon weiter zurück! So! So! Jut! Ich bin jetzt irgendwie ein Tropenholziert! Haha! Hab ich das nicht bei uns auch? Ja natürlich! Nee! Wie mag das eigentlich? Kann ich tun nicht? Nee! Du hast Schwarz Eiche! Fällt mir jetzt gerade ein! Fällt mir jetzt gerade ein! Genau! Du hast Schwarz Eiche! Ich kriege kein Zappling! Vier Stück brauche ich! Nur vier Stück! Dann kann ich ja noch... ein paar Truppenholz haben! Äh! Ja! Oh! Ein Eimer! Komm! Wie viel? Eiche! Eiche! Na toll! Warte mal! Eichenbaum! Ne! Da braucht die... Mod dazu! Warte mal! Eichenbaum! Ähm! Das ist jetzt... Tropenholz! Drittel! Hier! Tropenholz! Diese langen Dinger sind Tropenholz! Okay! Gut! Aber... Wir wollen mal langsam mal schlaufen gehen! Oder? Nein! Oder? Nein! Reig! Geil! Gut! Nein! Oder? Ach! Machen wir mal schnell mein Bettchen! Wo ist mein Bettchen? Nein! 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 Monster! Und? Was ist da auf der bringe? Hör auf! Dankeschön! Gut! Du kommst mir da hin! Dann brauchen wir dich nicht! Gut! Machen wir dich mal... voll... mit diesen hier! Machen wir... D stubfen, wirlay PSs? Können wir sehr gut gebrauchen, ne? Beizensagen. Habe ich genug davon? Was solltest du denn? Du Ruppenholz. Okay. So, wir müssen kurz abwarten. Aber das ist komisch. Bei Ruppenholz da... Komm. Bitte. Bitte. Ich will nur fahren. Bitte. Och bitte. Komm. Hm. Kein Druckmals? Maaaannn. Das ist gemein. Wieder kein Druckmals. Seppli. Och Mono. Was willst du denn hier? Und was bist du? Eichenlaub. Eichenlaub wollen wir nicht. Und du bist Ruppenlaub. Toll. Scheiße. Ich will doch nur... Ja, dann weiß das. Ich muss eine Rosenbombe fällen. Ja. Ja. Toll. Das macht das Arbeit. Das macht das Arbeit. Du seid gemein. Spiel, du bist gemein. Ich will nur trotzdem. Ich bin nur trocken, halbzahnen. Ich bekomme irgendein Baum mit dem Tropen. Das ist gemein. Ich krieg jetzt hier irgendwas. Das sagen wir mal mit. Hallo? Hallo. Das will ich doch gar nicht. Das ist ja noch was. Alles mitnehmen, was wir kriegen. Ach, so halte mein Haus an. Ja. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Mein Halbholzhaus mit Ruppenhaus gemacht. Bei Life of Woods. Jo. Aber es geht leider nicht mehr. So. Ich komm nicht mehr her. Keine Erde mehr. Was sagst du dazu? Wird. Gut. Wollen wir jetzt neben tun? Mit dem Holz. So. Moment. Wollen wir mal hier rein? Wollen wir mal diese Axt mit? Sonst. Jut. Jut. Okay. Hallo? Mann. Mann. Nur eine Kille. Hallo? Jut. Okay. Wollen wir jetzt? Ich will nur Tropenholz haben. Das ist alles. Äh. Nicht Tropenholz. Äh. Ein Baum. Ein Zeppling. Wollen wir doch nicht haben. Mann. Oh. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Mann. 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 Achso. Wann ich schon hier bin? Dann könntest du ja schon mal mitnehmen. Und bei mir einpflanzen im tropen Holz. Gut. Kann ich immer hier brauchen. So. Okay. Weiter geht's. Wir wollen uns am Ende gehen hier. Na also, geht doch. Aber ich schätze mal, warum Light & Fritz es zu schwierig hat. Gut. Wir springen mal hier rüber. Ohohohohoho. Bloß ein Jota fallen. Oh. Ciao. Bloß runter hier. Bloß runter hier. Ganz schnell runter hier. Ach Gott sei Dank. Wir sind unten. So wieviel Tropenholz haben wir denn eigentlich schon? Einen. Einen Zippling. Warum? Ich sehe schon was. Warum? Warum? Da oben bin. Da oben bin. Oh Mann. Ähm. Dich holen wir jetzt. Ach sind auch hier so viele Holz da? Ich will ja nur das Tropenholz haben. Wir haben weiter nichts. Gut. Gut. Da ist auch noch was drin. Doch. Vier Stück. Nein. Oder? Komm. Dich holen würde ich jetzt. Hut. Pick demit. Bloß. Und ich kann oben bleiben. Eigentlich wollte ich nur Kies holen. Wie viele habe ich jetzt? Drei. Ich brauche vier. Ist hier irgendetwas noch dabei? Komm Leute bitte. Noch ein. Bitte. Och Mann. Warte mal. Wir müssen uns wieder langlegen. Ganz schnell. Und dann. Mal gucken, was ich am Tage sagen würde. Warum? Da oben muss auch Holz sein. So. Hier mal nach oben wieder. Ja. 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 Aber guck doch mal, deswegen. Ciao. So. Das reicht jetzt wirklich. Dann haben wir erstmal unsere drei Dinge. Die Kies haben wir jetzt auch. Okay. Dann gehen wir mal Richtung Heimat wieder. So, gehen wir mal Richtung Heimat erstmal. Und das reicht dann. Oh mein. Jut. Oh mein. Ja. Was willst du denn hier. Damit. Schmutzeln. Gott sei Dank. Entschuldigung. immer wieder richtung nach hause ich bin in der hause hallo bitte ich bin in der hause ja guck mal hier sind die Höhne hallo hallo mama ach jetzt bin ich schon wieder draußen na wir sehen gleich das Dorf wieder so endlich draußen ach Gott sei Dank jöt hüpf 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 so heimow ich komme Es ist beruhig ein Walchen. Hallo? Gut. wir wollen jetzt Richtung Heimat ich will ja auch nur nach Hause ich bin im typischen Wald hier oh Pils Aua ich bring mich noch mal selber nach oben oh mein Gott frösen so weiter gehts ach da wir müssen erstmal da lang da lang hier ist wieder Kies zurückblicken wir sind eigentlich hier mit Kies zusammen wow die Tour Sandhaken noch gut ich hätte ja auch in den Berg reingehen können aber warum wo bist du? du bist tot das machen wir jetzt nicht ja die kommt jetzt wieder raus ganz einfach wupp gut weiter gehts ab nach Hause ab nach Hause hallo geht und weiter gehts ja Aua das ist hier ein bisschen aufgefossen das sind überall Pilzen ok ok dann laufen wir mal hier lang oh guck mal was hier ist mein Zuhause wir haben es geschafft Leute wir sind gleich zu Hause wir sind gleich zu Hause was ist denn hier passiert hallo oh ich auch noch Kies ne jetzt wägt nur eins das ist mein nach Hause und es ruggelt schon wieder wir sind zu Hause merkt man auch und es ruggelt schon wieder wir sind zu Hause ja kommen sie mit zu Hause ruggelt es denn wieder gut Leute dann sagen wir erst mal tschüss 95 Moment machen wir so so gut Leute wir sind hier zuhause und ich sag erstmal tschüss bis zum nächsten mal Euer Nessie Tschüss